hallo freunde herzlich willkommen zu einem neuen let's play diesmal nintendo switch zelda rest of the world ich würde euch sagen seht einfach erstmal zu und schaut euch diese folge an ich werde nicht viel dazwischen quatschen und in dieser folge werde ich noch nichts kommentieren ab der zweiten folge werde ich dann anfangen zu kommentieren ich wünsche euch viel spaß beim zuschauen so Öffne die Augen, 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 öffne die Augen. Öffne die Augen, öffne die Augen, öffne die Augen. Öffne die Augen, öffne die Augen, öffne die Augen, öffne die Augen. Dies ist der Shika-Stein. Er wird dir nach deinem langen Schlummer den richtigen Weg weisen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Halte den Shika-Stein über das Podest. Dann wird der Weg sich dir öffnen. Du bist das Licht, das Hyrule wieder erstrahlen lassen wird. Es ist Zeit, deine Reise zu beginnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mona! COPYRIGHT Das war's für heute. 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 Das war's für heute.